Ist doch egal, ich mochte den eh nicht. Du musst hier Zerschneider dabei haben, wie fies. Du musst immer dabei haben eigentlich. Deswegen bleibe ich auch, glaube ich denke mal, ich werde jetzt eine ähnliche Schiene wie ein Silber-LP fahren, nämlich dass ich jetzt bei 5 Pokémon bleibe. Ich habe nämlich festgestellt, dass es an sich gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man vielleicht ein Pokémon weniger mal im Team hat. Ja, glaube ich dir. Allgemein etwas stärker. Ja. Ist einfacher zu trainieren. Ja, und du brauchst auch immer einen gerade hier mit Zerschneider, deswegen habe ich ja auch Hentai dabei. Und werde wahrscheinlich auch deswegen bei 5 Pokes bleiben. Ich habe diese Dragoniers so gefressen, vor allem jetzt macht er seine Rap-Paralyse-Taktik und haut einen Dragon. Jetzt hör doch mal auf, paralysiert zu sein, mein Sohn. Slash! Mach auf, Relaxo, ich bin dein Heer und Gebieter. Warum haben die alle verfickte Garados hier? Das ist nicht cool, das war mal was Besonderes. Garados ist easy. Oh, scheiße, stimmt, der hat ja einen Jolt hier. Swift. Ups. Elektra-Bootz. Boots! Steht da, kann ich ja nichts für, dass es da steht. Ich weiß, ich weiß. Elektra-Bootz. Sehr lustig, wo du es jetzt erwähnst, der hat ja gestern nochmal einen Vlog hochgeladen. Der hat jetzt ja auch, äh, was halt, das klingt jetzt so negativ, gedrungenerweise jetzt auch mal einen Shop aufgemacht. Ja, habe ich, äh, nach extrem vielen Fan-Requests. Habe ich gelesen. Ich finde es ein bisschen lustig, wie er sich das selber immer drüber lustig macht. Kauft meinen Scheiß! Na ja, und die Leute machen es halt, ne? Ich habe mir auch einen T-Shirt gestillt. Haben mir wohl gedacht. Payday, was ist Payday nochmal? Zahltag. Ist das gut? Wukum kann das erlernen. Und Butz? Da kriegst du halt, äh, kennst du auch Zahltag. Ach, Zahltag. Bist du ein Angriff und dann, äh, ja, liege halt Geld auf dem Boden. Ich hatte wieder mal keine Map-Awareness. Oh, fuck, ich habe zu viele Items dabei. Oh, Eisen. Kann ich denn wegwerfen? Ja, warte kurz, dann kann ich ja Payday wegwerfen. Oh, Eisen! Lol. Was los? Das ist ja wohl fies. Nein, jetzt kannst du hier nicht wieder... Was? Jetzt muss man wieder zurücklaufen wegen diesem beschissenen Wagen. Bist du auch gerade... Dann bist du ja genau da, wo ich bin. Nidoqueen 33, ja. Genau da, wo wir gleich... Wir sind da zeitgleich reingelaufen. Ey, das ist doch scheiße. Dann musst du jetzt zurück. Ja, dann musst du bis da ganz oben laufen. Scheinziger Weg. Ja, komm, das ist ja... Das hat jetzt nichts mehr mit, äh, 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 äh. Das ist jetzt einfach nur noch Trollen. Ja, das ist ein fetter... Das ist ein richtig fetter Troll. Und tschüss. Wo kommt man denn da wieder zurück hier? Ach, da ist das Sprumm-Ding. Ich weiß mal, das, äh, muss die ganze Zeit... Meine Kämpfe dauern alle ein bisschen länger, weil... ...äh, Butts immer wieder einwechseln muss. Das ist TM16. Wieso macht der Lovely Kiss? Wieso kann ein Nido-King Lovely Kiss... Voll niedlich. Dreh mir einen Kost. Nein, bitte. Willst du doch artig sein. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Ah, ist das schön. Du sagst, er muss wirklich bis nach Lavandia wieder hochlaufen. Voll ätzend. Und ich wette, das kommt noch mal. Am Ende. Ja, genau. Vor allem bei dieser Route, über die man sowieso keinerlei positiven Gefühl hat, weil die einfach nur Hacke ist. Weil das diese elendlange Route ist, ey. Vor allem seitdem ich da in Inferno Rotec gespielt habe, mag ich die Brücke noch mehr. Obwohl... Ne, du kannst nicht gehen. Bloß, komm bloß nicht auf die Idee nach Orania City zu gehen. Von wo aus? Von Relaxo. Da ist so ein Sprungding. Kommst nicht zurück? Ja, da ist ein Sprungding. Kommst nicht mehr weg. Warst du ja durch den Dreckstunnel rennen? Alter. Da kannst du ja wohl sowas von knicken, ne? Alter. So, weiter geht's. Hast du das gesehen oder hast du es getan? Ne, ich hab's gerade gesehen. Ich stand ein Feld, stand ich vor dem Ding. Glück gehabt. Ja. Ich glaube, hätte mich jetzt auch gewundert, sonst glaube ich wäre der Rage-Training da. Exakt. Wenn ich da reingejumpft wäre, wäre ich echt ausgeflippt. Ryo muss auch nicht zu mir werden. Scheiße! Da muss man nicht lang. Fackeln. Kopf in den Nacken. Ich muss meinen Kaffee mal trinken, der wird kalt. Ob du wohl ne Wasserattacke kannst? Aber ich hab mal letzte Nacht wieder ne Lektion gelernt, die ich eigentlich schon wissen sollte. Man fängt, man fängt um 2 Uhr nachts, fängt man nicht noch an ne neue Staffel von der Serie zu gucken. Das ist wohl so. Das ist dumm. Das ist dumm. Es raubt dir den Schlaf einfach. Vor allem, ich heute Morgen wirklich nur gemerkt habe, dass ich durchgemacht habe. Nicht mal, weil draußen hell geworden ist, sondern weil irgendwann ein Kumpel bei mir geklingelt hat, der hier noch was hatte liegen lassen und sich das abholen wollte vor der Arbeit. Warum bist du denn so schön so früh wach? Ich dachte, ich hab dir aus dem Bett geklingelt. Hab nicht mehr Schlaf. Braucht er keinen Schlaf. Und das ohne Kaffee und Energy. Ich staune über mich. Das ist nice. Hab mich dann 3 Stunden pennen gelegt und bin dann wieder aufgestanden und hab die Staffel zu Ende geguckt. Ja, bei den letzten 3 Folgen, wenn du irgendwann merkst, du kriegst gar nichts mehr mit, weil du nur noch die anderen reinbecken mit bist, ist er auch kacke. Ein bisschen. Ich fick dich mit deinem Substitute. Ich drillpeck dich des Todes. Oh, ein Reitschuh. Ne, das lass mal stecken. Ei! Arfreich feintet. Pijero. Ach, Taubos. Nein. Ach, Tauboger, Mann. Ja. Hä? Okay, von den Leveln her sind die echt keine Probleme hier. Ne, das nicht. Aber ganz angenehm, um meinen Butz hochzutrainieren, weil der ist gerade mal 25 und ich hab gemerkt, dass ich ein leichtes Problem mit Elektro-Pokémon habe. Okay. Weil mein Dreikopf und mein Sohn dabei so down gehen, Rasa einen sehr schlechten Spezialverteidigungswert hat. Ja. Dann dachte ich mir, so einen Butz, den kannst du dann noch ganz gut als Schild-Carry, als Tank nehmen. Das stimmt. Das ist wahr. Nein, aua. Nein, der Drill-Pick hat für das Reitschuh nicht gereicht. The fuck. Oh, oh. Hat das ausgenockt. Na gut, aber du musst bei Bohrstaben und so aufpassen. Du wirst extrem schnell arrogant mit dieser Attacke. Das ist genau wie mit Horn-Attacke. Ja, du denkst dir auch so, pff, buchst, buchst dich um. Ja, ja. Ich kann mir gar nichts. Das ist wohl so. Starion. Wechsel Butz nochmal ein. Hätt ich eigentlich bei dem Giflar machen sollen, dann hätt ich dir ordentlich XP abbekommen. Ah, Sand Attack. But it failed. Oh, Pixi, du kannst auch wieder Psychokinese oder was? Starion hat auch noch ein Level aufgemacht. Oh, Polyrath. Ja, genau. Und jetzt, jetzt hab ich mein, weißt du Bescheid, jetzt hab ich mein, äh, mein Dreikopf nicht mehr. Mach da einfach Blizzard, ich will genau, läuft. Mach der Eisbeam! Genau, deine Mutter auch. Oh, lol, der Recall von, äh, Highjump Kick war gerade 1kp. Was zum Teufel? Au, 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 ich hab ihn gezogen. Wie krass das ist, 1kp ist echt lächerlich. Alter, ein Sand Slash Level 30. Nice. Also wildes. Das ist, äh, noch neißer. Hab ich jetzt mit Bubblebeam weggebutzt. Hey, Level 27! Wann lernt, äh, Gruak eigentlich Flammenwurf? Das weiß ich nicht. Meiner ist 48 und hat er immer noch nicht gelernt. Das ist ja lächerlich. Das ist wirklich ein bisschen... Aber es soll ja schwer bleiben, es soll ja schwer bleiben. Dafür konnte er von Anfang an, äh, Slash. Das stimmt. Äh, ich muss mal kurz nachgucken, wo sind meine Beleber? Revive. Revive! Meinen Dreikopf, Revive! Nein, Ryo ist eigentlich sleep. Ah, ich muss noch meine Tasche aufräumen, das ist ja fürchterlich. Sieht ja aus, wie bei mir zu Hause. Da ist Awakening. Links Awakening. Da... Gold, Akk oder Golduck? Golduck. Niemand weiß es genau. Nein, man weiß es, Golduck. Enteron-Beste. Enteron! Enteron! Mann. Ich werde auch nie die Folge vergessen, wo die einen Enteron gefunden haben, dass der übelste Weiberheld war. Pff. Das war gar nicht dein Pokémon, es wollte dir nur imponieren, weil es dich hübsch fand. Loll. Genau. Ah, Mann, ey, ich muss immer meinen Rasenhaft gegen scheiß Elektro-Pokémon reinbringen. Ja, mein Putz ist noch zu lau. Ja. Das Problem ist auch, dass die so mega kranke Attacken haben. Die hauen den ja so weg. Ist denn hier der Weg, ey? Ach, du Scheiße. Genau, Rockslight. Fick dich selber. Ähm... Dann gucken wir immer noch. Na, das passt schon. Das passt schon, mein Kleinerfreund. Ja, raus zu piepen! Heil dich ja schon! Hier mehr Tränke kaufen sollen. Ähm... Ah, Paralyze-Steal für... CC. Smog-Mog! Ein bisschen was Smog-Mog hier trainieren, ne? Clefable. Hast du dir einen Smog-Mog gegönnt? Ja. Wird doch geholt. Ist ja eine Weile her, dass wir aufgenommen haben. CC. Oh, zum Glück hat, äh... Pixi... ...n übelst Lauch-Äh... ... Spezialangriff wert. Hm. Der Psychic hat auf meinem Rasenhaft, der auch eine total schlechte Verteidigung hat... ...glaub 20 KP Damage. Oh, lol. Voll die Miete. Na, dann weißt du, dass du Lauch bist. Wenn du selbst bei einem Rasenhaft mit Psycho-Attacken kein Damage machen kannst. Sag mal, bist du eigentlich ein Porenter? Äh, ich? Ja. Warum? Weil du die ganze Zeit über deinen Lauch-Fetisch sprichst. Ein Lauch-Fetisch? Was für ein Lauch-Fetisch? Er weiß ja nicht, weil du ohne Lauch sagst. Und Porenter besitzt Lauch. Das heißt, ich kann nix. Ist nur eine Stalle. Ja, ach so. Weil ich nicht eine Ente sehen möchte, die mich mit einem Porrisch-Stab bedroht. Ja, na. Dann lachst du nicht mehr lange. Dann ist Schicht im Schacht. Bitte bring mich nicht um. Hier, nimm mein ganzes Geld. So, Ryo, du penst. Willst du mal auf? Dankeschön. Seit zehn Jahren war Gift-Typ nebenbei, oder? Ja. Ja. Flank-Klick-Gift. Ah, Scheiß-Gift-Schlaf, Bruder. Hm. Ja, komm. Ah, Rap-Kombo. Oh, das ist Grauens. Äh, Superstar. Wenn ihr schon Flugpokes, komm, können wir auch Eisbeam machen. Wie warst du das beigebracht? Superstar? Ja, am Turtok. Turtok, bam, Eisbeam tot. An sich könnte ich das Burts gut beibringen, aber ich möchte, dass, wenn ich ehrlich bin, lieber einem Poke geben, dass ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr mit dem Spezialschaden noch Damage machen, weil der kann zwar alles erlernen, aber der Schaden ist bei ihm halt nicht so, äh, grandio. Das, das ist wahr. Sag mal, kannst du aufhören, ein Loch zu buddeln und dann paralysiert zu sein? Danke. Sehr aufmerksam. Wenn du noch ein paar Reiler mitnehmen soll, ich hab nur noch vier Stück. Eih, das ist natürlich ätzend. Ich weiß, jedes Pokémon hier hat irgendeinen Scheiß-Stun. Das ist so nervig. Aber da kommen relativ viele Vogel-Pokémon-Trainer, die ich eigentlich sehe, oder annehmen kann. Bisher. Du, Jofegen. Alter, was haben die alle viele Porentas hier? Kein Kotzen. Fully paralysiert, genau. Yeah, jetzt ist mein Superstar mittlerweile auf Level 50. Voll geil. Bonita! Voll begeistert. Bonita! Aber mit, wenn ich da. Dann sind weg von die Böse, Mann. Äh, leu. Ja, ja. Ryu, das schaffst du. Vernichte dieses Taubos. Aber es ist doch ein wirklich tough. Tod. Du hast es geschafft. Ah, poor. Ah ja, ich kenn den Verfahren. Komm, ich lass jetzt einfach so lange meinen Ryu drin, bis er stirbt. Bisher haust du ja alles weg hier. Ah, diese Sau! Double Team Unzend Attack! Jetzt ist er tot. Ah, Gott! Dreh le le pecke! Beste Attacke ever. Ja, mit Horn-Attacke und Schlitzer einfach die OP-Attacken. Gibt es ein Pokémon, dass er das alles erlernen kann? Ne. Schade. Das wäre einfach zu krass. Das wäre der übelste Ripper. Ja, aber die besten Pokes, die er trainieren kann, sind wirklich mit Horn-Attacke Nido, King oder Rizeros. Mit Drell-Pack, Ibitak oder Dodri. Und mit Schlitzer ist es eigentlich Snow-Billy-Cut. Oder auch Glurak. Ja. Wir haben so einen abnormalen Speed. Ja. Das sind eigentlich diese sechs, bitte die sechs Pokémon trainierst du oder sowas. Jeweils ein von den dreien hast du echt. Glurreiche Zukunft. Boah, ich bin ja echt überstaunt, dass Ibitak hat einen Schlitzer überlebt. Ja, Ibitak ist toll. Hier hat mich jetzt wirklich, äh, gott mich bei Surprise. Oh, da ist ein Taubos. Tadam. Oh Gott sei Dank. Oh, ein wildes Poke. Wollt, hier gibt's wilde Maschocks. Voll reichlich, ich hab hier irgendwo ein Hyper-Heal. Hyper-Potion, den benutze ich jetzt. Wie kann denn mein Drill-Pack missen? Nein! It is impossible. Ein dreckiges Maschockstierb. Wo zum Fick bin ich denn jetzt? Ach Gott, die haben das hier auch geändert. Voll sweet. Weg mit deinem Kamm. Äh, Mack. Hä, wie gesagt, nee, jetzt auch gewechselt. Egal. Ja, genau, Firebless, du dich auch.